Und willkommen zurück meine Freunde des Internets, da sind wir wieder, der Monkey King LP ist wieder hier Und gleich mit einem neuen Let's Play, yeah, hey, warum, weil ich's kann, ha, nein, weil ich jetzt das Spiel gekauft habe Und ehrlich gesagt ein bisschen Bock drauf habe und ich mir gedacht habe, ein bisschen nebenbei, ähm, neben all dem Horror von Dead Space, ähm, kann ja auch nicht schaden Und da haben wir immer gedacht, hey, Horror, ein bisschen Horror, dann nehmen wir doch mal was Brutales noch dazu, nämlich das Remake von Shadow of the Beast Ich hab keine Ahnung, wie es wird, das wird vielleicht auch nur in der Probenahme enden, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen, wenn ihr es nicht seht, dann wisst ihr, das war es nicht in der Probeaufnahme Ich hab ja alles wieder aufgebaut, das Greenscreen und so, weil wir jetzt noch in der Wohnung ein bisschen umgeräumt haben Und ich kratze mich ziemlich oft hier, Verzeihung So, dann fangen wir mal an, direkt hier mit Shadow of the Beast Äh, what the heck is it this? Äh Ähm Grasebenen von Karamon, okay Es scheint gleich direkt jeder Anfang zu sein, nehme ich an Normal Bestie, nimmer normal Normal klingt immer gut Die meisten Ein kurzes Geräusch in der Wohnung Die meisten Feinde geben Blut, wenn sie getötet werden Mh, lecker Blut, lecker, lecker Schauen wir mal, wie es wird Schauen wir mal, wie das Spiel wird Ich muss auch ein bisschen hier sagen, ich hab jetzt ein bisschen hier Kabelsalat und ich ein bisschen Häääh Ich hoffe, man hört mich auch gut, weil Okay Loading Screen Wutserie mit drei Blutbargattivieren, mit denen du Feinde schnell erledigen kannst, bevor sie die Chance haben sich auf Eintracht Allerdings Hm Interessant Is a long loading screen, hey Vielleicht mal noch ein Let's Show draus Ich weiß auch nicht mal, ob ich es hochlade, wirklich Leute Oh, es geht los Hübsch ist mal Es soll ja angeblich ein Remake sein von alles, also okay Oh, ich bin ins Klare, okay Ähm, okay 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 Rappapam Ah Oh, yeah Oh Fuck You Oh Oh, willst du, willst du, willst du Pions Oh Oh Oh, ich, kann ich dich töten Nein Ah, shit Ups War ja nicht so gemeint Hier, hier Hier, high five Ach, ich bin Verderber Ich hab übrigens keine Ahnung vom ersten Shadow of the Beast, weil das soll ja ein Remake Es ist, also es ist ja ein Remake Fuck you So, es ist ja ein, äh, ein Remake von dem Game Na Warum sind wir so hochtechnologisiert und ihn nicht Ja, lol Oh, come on, ich wollte gerade fragen, ob ich ihn umbringen kann Blödi an Ja, du So Weiter geht's Du 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 Das wird genug Dem interessiert es ja eh nicht, den Sklavenhändler da Fuck Jo Kommen die nochmal Nein, gut Kann ich hüpfen, okay, nice Nimm Ja Okay Ah, mit der 1 blocken, okay Oh, yeah Oh, meine Fresse Pants Pants Yeah Oh, mein Gott Schaut euch das ganze Blut an Passt ja richtig zu Dead Space, ne Okay Goodbye Boah, so brutal Ich sollte mal die andere Attacke verwenden, also die hier Wo ich Hello Come over here Ja, ist ja gut, ich geh ja schon hier Meine Güte Nie gönnt Da war er der Frisch jetzt endlich Nie gönnt einem der Sklavenhändler Spaß Äh Okay Ist du deppel Sorry, falls ich mich jetzt rausbeleute Damn Ich hab sie Boink Ich find's lustig irgendwie, die haben eigentlich nur Schwerter und Rüstungen und wir haben Raumschiffe und Oh, ich geh wirklich Ich geh nicht automatisch Das ist doch nur easy einnehmen Also easy einnehmen Also Ich kann das ja u-easy einnehmen Nein, nein Mach das Lass das die Bestie machen Das wird schon, ne Oh, ich bewege mich wieder Boink Wer bist du denn Ähm Oh, come on No Die tun ja dir nichts Ach, du Heilige Oh, der Bildschirm ist dreckig Okay Hat das so ne Batman-Geschichte, oder was Oh Awww! Wow, easy, okay. Stranger danger. Stranger danger. Ja, geschieht dir recht, du komisches Ding, du. Okay. Uh, okay. Ah, Wut-Symbol muss ich warten, okay. Okay, der erste... Oh, hoppla. Okay, der erste Angriff. So, okay. Bäm! Oh, moa! Ah! Oh, ho, ho! Fuck you all up! Ah je, ah je, ah je! Zu spät, du blöde Kuh! Okay, war's das? Ja. Oh, die werden wir jetzt sowas von holen jetzt hier. Nachdem wir alles in Schutt und Asche gelegt haben. Joa! Passiert nicht. Das war mal ein schönes Dörfchen. Okay, wir müssen aber den Typen jetzt aufhalten. Aber entscheidend bin ich geklaut worden von dem Typen. Von Ma und Pa. Wieso klaut mich jemand hier? Das gibt's doch nicht. Ah, oh. Äh, okay. Ah. Oh, essen wir den jetzt? Oder auch nicht. Uh! Rötzinniger! Miam, 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 miam. Okay, wisst ihr was? I'm gonna fuck you up. Also ich kann ja blocken, ich Idiot. Naja. Naja, macht ja nix. Ja, genau. Ah, okay. So geht das mit der Gesundheit. Okay. Ähm. Alter, come on. Falscher Knopf. Gibt's ja nicht. Na, Hami, komm. Das war das nicht? Achso, warte. Äh. R2 war das. Genau. Okay. Na, beim nächsten versuchen wir es noch einmal mit der Gesundheit. Okay, von. Ich drück immer den falschen Knopf zum Parieren. Okay. Weißt du was? Wir machen hier mal die rein. Leer. We are. So. Den heimen wir uns jetzt mal hoch. Miam, 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 miam. Okay, ich weiß, du bist du attackieren. Nein, ich wollte ihm essen. Na, ich wollte ihn doch essen. Okay, ich muss mich ein bisschen auf die Knöpfe geben, wenn das hier das Block nämlich ist und nicht die intere. Weii. 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 Das ist ein langer Weg wieder zurück, ne? Kommt dann rüber. Oh ja, da. Weii. Weii. Das ist so. Deswegen kann ich mich nicht heilen. Ich denke mal die ganze Zeit. Wtf. Naja, ein Schlag umsonst einkassiert. Naja, vielleicht kommt ja noch wer, der nicht essen kann. Oh, warte mal. Sorry. Ist Mikro gekommen. Oh. Oh. Oh, come on. Oh. Not cool, boah. Wiederauferstehung durch Elixier. Wiederauferstehung durch unschuldige Seelen. Infinity. Wenn ich einen Neustart mache. Nein. Bist du denn des Wahnsinns? Nein. Okay. So. Du mal weg. Du mal weg. So. Blocken. Catch that beach. Ah, jetzt habe ich ja natürlich volle Gesundheit. War ja klar. Na gut, dann. Gehen wir dich. Gehen wir dich. Gehen wir dich. Ah. 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 Pants. I have to save the children. Wiederauferstehung. Das ist mein Weg, Herrs. Das gibt's nicht. Haha. Das macht mir Spaß. Einfach nur mal so richtig BAM. Einfach nur mal richtig böse sein. Wow. Hattest du jetzt gar nicht gesehen, dass die Leiche so nach hinten katapultiert worden ist? Äh. Was? Springe und dann halt. Achso. Okay. Dann drück. Ich springe und dann drücke und halte X. Okay. Okay. Das ist springen. Ähm. Okay. Vielleicht brauche ich Anlauf. Moment. Äh. Okay. Muss ich drauf drücken? Okay. 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 Ich muss rauf springen und dann diese mit den Klingen. Okay. Das fand ich gut. Fuck. Äh. Unschuldige Seelen. Scheiß drauf. Unschuldige Seelen. Wir fahren von einer nach der anderen. Ist doch egal hier. Ah. So hätte ich das gehört dann. Ah. Okay. Ja. Was? Was? Stupid von mir. Okay. Gebe ich zu. Zwei unschuldige Seelen habe ich schon verbraucht. Das wird sicher kein Rekord werden hier. Das ist meiner Weg. Was ist da unten? Uh. Blutmax. Was? Kling. Kling. Kann ich wieder Gegner nehmen? Nehme ich an, oder? Wo sind sie denn? Da. Punch. Punch. Come on. oder es ist manchmal schon sie mich nervig wenn du das machen willst und dann greifen ich sie von beiden seiten an die weg da und tschüss locken mann wirft mich nach hinten und ich hätte getroffen ist nicht fair jetzt halte ich meine wut auf tschüss tschüss und jawohl so lol ich dachte da kommen noch welche wir wissen was darum ist was ist das denn ist das ein save point oder was ist das ein talisman habe ich bekommen riesige baumhände na toll wir kommen wieder jetzt rein will ich da überhaupt rein nachdem das vieh da rauskommen ist was bist du denn scheint ein boss zu sein okay ich bin ein idiot ich bin ja noch weg ernsthaft der greift mich immer noch daran wenn ich nicht block oder was okay rollen ja rollen und blocken nicht wirklich wahr oder ernsthaft nehmen nicht da rolle um hinter ihn zu gelangen wirst mich verarscht ja interessant das geht wirklich ja okay ja So, Dordog. Blocken. Blocken. In deiner Arsch, komm her da. Blocken. Blocken. Get this win. Slow and steady wins the race. Gernes Kackviech. Haha. Die Dordog. Die Dordog. Die Dordog. Ich werde mich in deinem Blut laben. Die Samt dran. Was macht sein Blut jetzt wirklich? Ah, das gefällt mir nicht. Du bist ein echt komischer Baum. Echt komisch. Haha. Bronze. Jawohl. Willkommen. Berechnen. Ich hab Mana gewonnen. Okay. Ich bin 13.838. Jawohl. In your face, Opicho. Das bringt sich jetzt nicht wirklich was. So, okay. Aber ich werde jetzt nicht 4 fortfahren drücken. Sondern ich werde hier den Schnitt setzen. Und mal schauen ob alles passt von den Aufnahmen her. Weil ich es ja auch nicht genau weiß. Ähm. Jo. Also ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns alle gleich wieder im nächsten Podcast meine Freunde. Cos Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020